Ein wichtiger Indikator für die Konjunkturentwicklung in Deutschland, das ist der IFO Geschäftsklimaindex und ich möchte Ihnen nun kurz die Entwicklung darstellen, die Einordnung in die Anlagestrategie und Sie auch darüber mitentscheiden lassen, wie geeignet die Schlagzeilen zu diesem Indikator sind. Wir sehen hier zunächst eine Übersicht, die Sie dann bekommen, wenn Sie IFO bei Google eingeben. Sie sehen es hier dargestellt, ich habe das ganz simpel hier mal in die Suchmaschine eingetippt und dann sehen wir schon, IFO-Index erstaunlich robust, dass die Schlagzeile bei der ARD-Börse Unsicherheit steigt, so bei NTV und Stimmung in der Wirtschaft leicht rückläufig, so bei ZDF. Also Sie sehen schon, aus dem gleichen Datensatz sehen wir leicht unterschiedliche Schlagzeilen, zumindest zwei von drei sind auch gegensätzlich und die Frage stellt sich natürlich nun, wo stehen die Fakten und wie können wir das für Anlageentscheidungen nutzen. Was Sie hier zunächst sehen, ist der IFO-Geschäftsklima-Index in seinen verschiedenen Komponenten. Das Geschäftsklima, das sehen wir in türkisblau, die Erwartungen in dunkelblau, die aktuelle Lage, die sehen wir in rot und wir können feststellen, dass insgesamt die Erwartungen und auch die aktuelle Lage sich im historischen Vergleich auf einem guten Niveau bewegen. Wir sehen jüngst einen Seitwärtstrend, man hat sich auch ein bisschen erholt, vielleicht auch von den größten Sorgen, die das Thema Brexit, Handelszolle, Trump und Co. hier in den Köpfen der befragten Personen bewegt haben. Also alles in allem die Schlagzeilenlage, die ist nicht direkt hier zuzuordnen, weil Sie sehen schon hier, wir haben eigentlich keinen großen spektakulären Verlauf. Die Frage nun, können wir denn den IFO-Geschäftsklima-Index als Indikator nutzen, um beispielsweise die Aktienquote im Portfolio zu erhöhen oder auch zu reduzieren? Wir sehen, dementsprechend hier für Sie mal dargestellt, der DAX 30 für Deutschland, der Light-Index in orange, dargestellt anhand der linken Skala. In blau sehen wir den IFO-Geschäftsklima-Index, hier dargestellt anhand der rechten Skala. Und wie Sie schon sehr gut sehen können, haben wir doch in einigen Zeiten die Thematik, dass wir einen starken IFO-Geschäftsklima-Index haben. Wir sehen auch entsprechend steigende Börsen, gemessen am deutschen Light-Index. Wir haben dann Phasen, da geht der Geschäftsklima-Index nach unten, wir sehen parallel dazu oder auch zeitversetzt, dass die Börsen sich schwerer tun. Also man könnte sagen, ja, für gewisse Phasen hat er als Indikator getaugt, zumindest rückblickend. Aber wir haben auch andere Phasen, Sie können das hier in diesem Zeitraum feststellen. Da haben wir relativ viel Bewegung im DAX, ein Geschäftsklima-Index, der relativ unspektakulär sich verhalten hat. Also auch viele Zeitphasen, bei denen dieser Indikator überhaupt keine Funktion hatte für die Anlagestrategie, respektive zur Festlegung der Aktienquote. Also, was können wir mitnehmen? Wichtig ist es, wenn volkswirtschaftliche Daten kommen, auch auf die zugrunde liegenden Daten zu schauen. Nicht nur auf einzelne Schlagzeilen, weil diese Schlagzeilen können je nachdem, wer sie schreibt und wie vielleicht auch dessen Erwartungen sind, unterschiedlich gefärbt sein. Wir müssen immer auf die echten Daten schauen, sollten diese im historischen Kontext einordnen, um sie plausibilisieren zu können. Und dann sollten wir uns natürlich noch selbst hinterfragen, inwieweit dieser einzelne Datenpunkt oder diese Reihe an Zeitwerten überhaupt dazu geeignet sein kann, singulär zu einer Anlagestrategie beizutragen. Meines Erachtens sollte man immer auf den Gesamtkontext eingehen. Denn volkswirtschaftliche Daten sind nur einer davon, andere sind die finanzielle Risikobereitschaft, der Anlagehorizont, die Vermögenstruktur und viele weitere Daten. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Macht es gut, bis bald, auf Wiedersehen.